So, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play League of Legends Mit Dietmar Mit Dietmar, genau Mit Dietmar, Gerdrud Beinhard Limo Hildehilde Hagen Und Zagi Hier kriegst du einen guten Namen und Lukas kriegt... Beinhard Ja, ich hab einen komischen Pink, naja Hallo Ja, jetzt zieh Mario auch noch ein, weißt du? Ich bin doch gerade im Let's Play, ja? Aber zieh ruhig alle rein, ne? Sandy kommentiert ja nicht auch schon? Wir sind gerade on air Ja, deine Mutter Warte, 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 warte Wo ist er? Nein! Du kannst ja noch mal schlagen Tim, wenn du mich desto kriegst, das kann... Nee, ich will nicht noch mal schlagen, keine Lust Alter, die Kugel ist gerade so immer Ich werde eh nicht mehr spielen Ja, ist auch gut, Marion Ich bin auch schon im Ladebildschirm Katze, ich kann nehmen, wenn du willst Wir hätten dich auch gar nicht eingeladen Oh Du bist durchslecht Energie Aber für mich haben sie extra die Q geliebt Lukas, das tut weh Das tut auch nicht so sehr weh, wie die Sin Jungle Auf Low-Elo Hab ich gehört Ja Irgendwann müsste ich nochmal ins Spiel Ja, okay, wie gesagt Sandy kommentiert das ganze Spiel, ne? Mit 3 Minuten Delay Oh, jetzt passiert das und das Es ist schon wieder ein Dennis Let's Play Ja, Wahnsinn, ne? Ja, du bist live dabei Bitte nicht husten, Mario, danke Mario Dennis, was ist denn dein Channel? Snigame Snigame Warte, ich hab gerade Video von denen offen gehabt Bist du ein deutsches Let's Play, Dennis? Der harte Kieler Boy.com Bist du deutsch? Ne? Wie bitte? Aber du hast bisher noch keinen Zug geladen, oder? Doch Du bist sogar dabei Dein berühmter Raucherhusten ist auch dabei Ja Alter Dein berühmter Raucherhusten ist auch dabei Muss ich spekulieren, was du raust? Kieselsteine, oder? Ja Das hast du damals schon gesagt? Stimmt, stimmt, stimmt Das hab ich ja gesagt Da hab ich ja gesagt Die besten Leute, die rauchen auch immer Kies und so Und dann hat der andere Lukas gesagt, ob man dann den Kies dreht oder was Ja, dann haben wir doch hier über diese tollen Schilder spekuliert, die uns alle verwirren sollen, und dann ist noch ne Flange Wir müssen jetzt nicht die komplette Folge geben Dennis, du Spoilers Deine echten Fans haben die Folge schon gesehen Die ganzen Stalker kennen die Folge schon aus, Wendy Wer darf ich auch bitte? Malza, ach ne Zum Einschlafene Dennis-Folge Also der Name von Malza ist richtig toll E-L-L-G Richtig toller Name Oder Wir haben nur noch 30 Sekunden Schnell, schnell, schnell Das kriegst niemand Das hat genau gepasst Ich hab hier hochgeschlagen und über das rüber geflatet Ja, war gut Wir haben übrigens den Propeiler-Kopf-Skin Zumal ran hier Für die Leute, die es nicht wissen, warum er so heißt Er hat hier ein Propeiler aufm Kopf Und der ist immer noch blind, also hilft das auch nicht Bist du das, Luca? Ja, hallo Wer denn? Ähm, I'm Luki Was? Ich kann nicht Ich hätte mich jetzt auch gewundert, weil der Silver 5 ist Äh, wir sind überhaupt unsere Gegner Sag mal an hier Ich hasse es, dass die Leute irgendwie diesen Namen ändern Alles über Boah, der hat 16 Rüstung ey, der wird wegschmilzen, wenn du mitkommst Einfach alle löschen, nur Dennis nicht Na, danke Das schmelzen Ey, er ist schon verkackt, sehr schön Ich hab schon 3 Creeps, ich hab Malzer outfarmt, ich hab mehr als er Richtig sick Dennis Ja, der sagt Aua Ich hab den bösen Fluch offen hier Ich hab den Namen, äh Egal wann und Trinken Ich zieh doch mal ein bisschen lauter stellen, Lukas Du bist in anderen Folgen auch so leise Ich? Ja, weiß ich nicht warum Ich kann mich nicht Das ist immer leise Ja, okay Da haben sich die ganzen Abonnenten schon ein bisschen beschwert Ja Stopp Wer ist denn immer diese Kasichini, dieser geile Schiller Genießer Schreibt in den Kommentaren, was ist so leise Wir brauchen mehr Kasichini Ich glaube, der ist keine Scheiße Dieser geile Schiller Genießer, okay Dennis Okay, aber ich kann mal bitte, kannst du Flash-Kombo-Flash hochhauen und dann Knicknack Knicknack, schniedel ab Nee, Junge, doch nicht von der Lane, bist du serious oder was? Los jetzt, Knicknack Also, ich kling dich mal aus, gell Yes Schön Hau rein Tschüss Hau rein, Junge Agathe moves like Agathe Hau rein, Junge Hau rein, Junge Dacht halt auch nicht Ihr Instant-Wegge-Flashes, ey Ice Onami, please Onami later, alligator Der des recycelt die alten jetzige Der des recycelt die alten jetzige Anf怎麼了 Ich bin auch nochmal kurz weg, ne? Ach, ich kann mich ja da ranziehen, wenn ich nochmal Q drücke, ne? Über zu ausbauen, ja, Kretz Sie nehmen nur aktuelle Themen und während damit, bitte wie die katholische Kirche auf, ja, und? Wo ist er denn, ich war da 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 da, komm komm Wie nochmal?! Ja, das könnt ihr ihm antun, nach der Aktion würdest du ihm das nochmal antun Kannst du drauf? Ah, seht ja Jetzt? Ja jetzt Ja kommen wir einfach, kommen wir einfach Kommen wir Nein, lange stehe ich hier nicht mehr Das kann doch nicht sein alter What the fuck Ok, den auch noch, komm Nee! Warte, ich hab Kombo und 5 Sekunden! Nice, du guys! Ja, push, push, push! Ich hab Pot reingauen! Nice! So! Jetzt geht's ausm Auge, jetzt geht's Beef, mein Freund! Okay! Heu ihn raus! What the f- What? Da nicht rein! Ja, Entschuldigung! Das war ne falsche Definition! Ja, 3-0 die Sinn, ne? GG! Warte, lass dich hier warten, was den Walzer nochmal macht! Ach, geil, ich bin viel zu low! Okay! Das ist ja schon wieder so voll! Ich komme! 0-0-3, ey! Aber erwarte keine guten Hooks von mir, ich kann die- Ich mach nix! Okay, die Leona! Oh, Barrier! Why you no Barrier? Ich hab schon alles raus! Oh, hi! Boah, ich komm mal unten zu ihr! Nein, bitte nicht! Die sind ja 3-0 die Sinn! Ja, der Kasachin, der hat Creepwave-Agro! Ja, oh! Oh, Gott! Oh, die Laterne kam so early! Boah, das war so schlecht von allen! Wie gesagt, first time fresh! Oh, ich hab mich auch total... Oh! Ich hör dich halt überhaupt nicht! Obwohl ich... Ich hab Musik ausgeschaltet, ich hab Skype-Lauf gedreht, ich hör ihn halt überhaupt nicht! Och, Mimo! Also, ich hör ihn schon! Aua! Ich hör ihn gern dumpf irgendwo, aber... Dumpf! Dumpf! Ich hab das... Was hat das... Was hat das... Was hat das denn mit dumpf zu tun, ey? Was hat das denn mit dumpf zu tun, ey? Alter, das ist doch in der Hut zu ketten! Na, da hat er wirklich... Gar nichts! Ich muss das Mikrofon nicht deepfroaten! Ach, komm! Ja, Lukas, du musst halt Mimo irgendwie helfen oben, ne? Ja, ich musste meinen Bot-Lane-Beat machen, würde ich sagen... Ah! Ah! Meine Hilfe! Dennis, 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 Dennis! Go, go, go! Was? Go, go, go! Der muss... Der muss... Der muss auf K gehen! Komm! Los jetzt! Der hat gewordet! Ich hab keinen Flash! Ach, der hat nicht gewordet... Natürlich hat er gewordet! Komm her! Deine Mutter! Boah! Die Spitte ist weg! Junge, wie viel Damage machst du denn? Hör doch mal auf! 3,11 Oh, da ist die Bot-Lane! LOL! Ich komm! Hahaha! Das kann doch nicht sein! Hahaha! Dieser Gott! Guck, guck! Komm, wir gehen jetzt hier mit uns hinten hin und dann rastet er richtig aus! Hahaha! Hahaha! Los, los! OMG! Junge! Hahaha! Mit Glanz war ja so krank! Damage, Alter! Das ist heftig, ey! Der muss so ausrasten! Das ist so geil! Wuh! Das ist einfach unschlagbar! Hahaha! Die ist da! Okay! Ups! Ich hab sogar den meisten Farmer ausm... Ne! Ausm Game nicht! Lucian hat 2,0! Fuck! Guck, dass der enemy Blue ist da, ne! Ich hatte an ihn gewordet! Den könnten wir gleich mal machen, wenn der Javan dann wiederkommt! Ja, aber der halt! Ich komm! Ich komm jetzt hier, Dennis! Mach dich bereit! Eigentlich, eigentlich hab ich ja meine Toplane gewonnen, ne! Alter! Der rockt das ja voll! Ja, gut! Die Mitte ist weg! Da ist die Mitte! Oh, mach nichts! Oh, shit! Komm hier! Komm hier! Komm hier! Rette mich! Dennis! Achso! Komm und rette mich! Dieser Schrei! Oh Gott! Du bist... Du hast viel sich langsam reagiert! Ja, die wussten unsere Botlane überhaupt! Junge, jetzt ist der Level 6?! Motherfuck, ey! Ich nehm mich noch mit, ey! Du Hundesohn! Oh, der Flash war aber gewaltet! Also, hättest du sehen müssen, dass ich von hier, äh... DJ Botlane! DJ Botlal! Hättest du sehen müssen? Ja, das... Ich hab halt leider nur darauf geachtet, den hier perfekt zu treffen! Und dann zu dir zu kicken! Ich hab's halt auch geschafft, ihn zu dir zu kicken! Ja, dann waren sie dann zu dritt! Magst du meinen Top kommen? Ich hab meine Scheiße drauf! Ja, ich komm nachm Blue-Buff! Dennis, du musst noch rein! Was ist denn das für ein Typ, dieser Jarvan? Was ist Lukas? Nichts! Soweit bin ich von danach schlecht! Haben die die gemacht, die... die... den Blue? Den hast du doch gemacht! Achso, Resetted, weiß ich nicht! Kann ich den haben, oder brauchst du den? Brauchst du einen Timer? Ja, ich würd den schon noch gern... Den nächsten kannst du aber... Aber ich kann dann direkt den Dings töten! Ja, dann geh erst mal hoch! Ja, dann geh erst mal hoch! Ja, ich weiß nicht, ob ich den Top-Din töten will! Ich muss... Malzahar, 1-4-1! Ich geh erst mal zu und komm nachm Red-Buff! Das f*** ich! Kimo, das sagt man nicht! Ja, dann kommt der sowieso nicht! Warum hat mein Lucian eigentlich Dauerhaft-Double-Buff? Kann man das... Ja, den hat er eben bekommen hier bei der Aktion hier vorne! Julio! So, wie der sie gerade eben schon wäre ich? Äh, äh, Malzahar kommt doch nicht zu dir! Das war als Lukas hier unten gestorben war... Das war aber auch... Da, 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 geh rauf, geh rauf! Ja... Mimo, Mimo! Ja, guck doch mal auf die Map! Ich komm noch! Ja, guck doch mal auf die Map! Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll! Mimo! Ups! Der Pott war hier drin! Ah, ich mach das aber nicht top! Ist okay! Ja, die ganze Zeit hätten wir ihn nie... Oh, Alter! Ich hab den gemacht! Ich hab dir das Deal gesagt! Ich mach den hier beim Red und komm dann zu dir! Und was hast du gemacht? Mit der Weg, mit der Weg, mit der Weg, mit der Weg, mit der Weg! Guck auf die Map, Mimo! Auf dich kann man sich sowieso nicht verlassen! Guck auf die Map! Ich hab mich aufhalten! Alter, dieser Damage! Alter, dieser Damage! Oh, die Shit! What the fuck! Nice! Der Rumble ist da gewesen! Ich komm, Lucas! Ne, lass, der Rumble kommt! Die Bottle kommt auch schon wieder! WTF? Oh, diese Bottle! Nein! What the fuck, Alter! Habt ihr gemisst? Ja. Nein. Ja, nein. Ja, 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 ja. Aber Dennis hat in dem Moment gesagt, dass wir den Dane verlassen haben. Da muss man hier, muss man hier wenden. Nein! Hier bitte. Nee, ich bin da jetzt nicht geworden. Ja, nee. Ja, er ist tot. In naher Zukunft meinte ich. Ne, pushen. Oh, jetzt ist die Schmalz-Glocke wieder hier. Ja, danke. Hast du immer einen Support bekommen, Mimo? Ist gut. Nee. Ich hab halt wirklich keine Ahnung, was ich machen muss. Ich werde jetzt keine Schuhe kaufen, sondern ein Leben. Ja, aber auch so, ich... keine Ahnung. Lukas hat Schluck auf. Scheiße. Mist. Entschuldigung. Ich hab immer noch mehr Creeps als meins. Obwohl ich irgendwo rumrenne immer. Oh, das wollte ich nicht. Guck dir seine items an, Lukas Esso am Arsch, ey. Triple Dorans und den Catalyst. Was ist, wenn du da schmerst? Entschuldigung, ich weiß. Du bist... ... und was? ... und isso am Arsch. Warte, weg! Die könnten Blue Waffe machen. Ne. Hat der schon? Ne. Ich werde bisschen gewartet, Lukas. Hm. Dennis... Dennis... Ja, ja, ja. Geh mal rauf, 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 rauf. Cool, Rambi hat jetzt ein Double-Waffe. Ah, shit. Äh, warte, dann komm ich rum. Komm hoch und nimm dir den Double-Waffe. Oh, hier ist ein Ding, hier ist ein Ding. Ja, hab ich gerade gesehen. Botlane ist wieder weg, pass auf. Doppel, die ist halt Botlane. Ja, der wird sick. Ah, der hat wieder bekommen?! Warte mal, in die Richtung... Nichts kann mich aufhalten. Der Damage ist auch. Wieso initiiertest du jetzt?! Mach ihn einfach. Sehr gut. Du hast viel zu gut initiiert. Du hast doch auf der Weimphiliener nicht gekauft. Wie schlecht. Ja, ja. Ja. Ja, langsam macht er halt mehr Farmer als ich, weil deine Spells einfach viel besser zum Wave-Pier sind. Ich komm in die Mitte, Dennis. Geh mal vor. Ja, ja. Geh mal vor. Geh mal vor. Wie lange hast du denn gebraucht, ey? Fuck. Oh! Nice. Ich bin nur am Beaten hier. Ich kann gar nicht... Ist der geflasht? Ja, ne? Ja, ja. Der Jabber? Ah, gut. Wir werden auch töten. Scheiße. Nee, wenn ich dive, dann Combo, dann. Ah, ich bin auch wieder. Dann bin jemand in der Nähe. Wenn du rauf gehst? Ja, ich bin auch nicht grad... Scheiße, die Top-Lane. Oh, Gott. Top-Miss. Die Bot-Lane auch? Ja, der war... Ohhhh. Der ist die noch? Nice. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Das können wir nicht überleben. Oh, mein Gott, ey. Komm zu Blue, komm zu Blue, komm zu Blue. Holy shit, Alter. Boah, was ist hier los? Noch genug Mana? Ja. War mega starb Kauf. Oh, oh. Oh, oh. Mille weg! War aber tot. Alter, okay. Ah, Mimo kommt locker weg. Ah, Mimo kommt doch nicht locker weg. Entschuldige. Mimo hat keinen Flash mehr. Stell dich rein, stell dich rein, stell dich rein, in die... Dieser Jarvan, er ist Mitte. 1300 HP. Combo ist auf jeden Fall Half-Life. Äh, der Rumble ist wieder weg. Ja, die Mitte auch. Oder immer noch. Da ist sie wieder. Die kommen wieder Mitte, ne? Ja, wenn du kommen und willst, los. Jetzt weiß ich, warum er die ganze Zeit Mitte gankt. Der will aufs Video. Alter! Ja. Okay, der ist so. Ja, Lucas. Ey, die hat so viel Geld schon. Ey, die outplayt dich so hart. Ja, ich weiß. Der ist weg, er war tot, muss man ja dazusagen, aber das ist schon richtig. Alter. Nein! Wirklich? Die Tower ist weg. Den kannst du nicht kämpfen, glaube ich, oder? Was hat der denn? Oh, der 3-1? Alter! Okay, du hast das einfach mit Respekt. Ist der Red noch da? Oder hast du den gemacht, ne? Ja, der ist... Wodkomm mit, Wodkomm mit, Wodkomm mit, die Mann Dragon. Ja, ist okay. Machen die gerade zu zweit Dragon, kann das sein? Zu 3. Stimmt, der Jarvan ist nicht da. Fuck. Komm. Ja, lass mich wieder in die Mitte machen. Da ist der wieder. Ja, und scheiß auf den, der bringt kein Geld mehr. Ja. Der ist schon zu weit... Oh. Oh, wir müssen den... Ja, ich hab jetzt keinen Q-Spell. Shit. 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 Nee, du kannst es nicht. Ich bin weg. Ich bin weg. Das ist der... Nice! Die Creeps gemacht. Oh, Gott. Leona hat den Kill bekommen. Das ist gut. Alter, der Lucien macht so viel Schaden. Holy shit. Dreckige Bordlane, man. Ja. Denkst nur. Kann man nix machen. Ich hab jetzt Rabadons. Denk ich Lich Bane und den Tanki. Ich hab halt 8 Supports. Ich hätt ein bisschen mehr Kills haben müssen. Ja. Jetzt pusht der die Mitte weg, Gabi. Unverdient. Aufpassen, der Jungler. Ja. Ulti. Thresh. Ulti. Ulti. Thresh. Zu spät. Viel zu spät. Ja, aber ich dachte, wär dann nur so, dass ich auch irgendwen treffe und nicht irgendwie... Ja, scheißegal! Hä? Werd ich hier unten drüte? Das Ding an sich zone. Das Ding an sich zone. Wir haben ja Angst davor, weil zu hart goes low. Ja, okay. Gut, aber... Lugas, ich komm auch mit. Der Lucien. Der Flash in 50 Sekunden. What it here, oder? Null. Hier hat mein Blue auf die Hure. Hier, hier, hier. Ich kann gegen den Typen nicht. Alleine. Alleine. Warte noch. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Ja, kann man halt wirklich sagen. Ich spiel zu zweit. Ja, klar. Du nicht. Wat? Junge, was zur Hölle? Hast du nichts erwischt? Nee. WTF? Gib mir den Käse. Ja, ja. Oh, Mann. Komme! Pass auf, Mann! Der kann nicht wegschnitzeln, der Lucien. Endlich. Snowball Passes. Endlich. Lukas! Alter! Kein Flash! Nein, der flasht weg! War knapp. Und nicht gut. Aber... Oh, die Schmalzlock ist hier. Hey, der ist ein Bluber. Ich hab ein Dings versetzt, aber naja. Kein egal. Hat geklappt. Der Nix dagegen machen kann, der wäre so useless. Bauer. Guck mal auf die Ports Lane. Boah, ist die Leona-Tanky. Ah, okay. Die hat auch zwei Kills, ne? Zu Ports. Willst du mal Dragon Warden, Lukas? Dafür, Sweepetti. Dafür. Mimo? Hm? Ja, ich geh doch schon, aber... Sicher? Leona kommt hoch, ne? Ab da. Ich dachte, du wartest vielleicht mal kurz. Er hat wieder geportet. Leute, Leona. Und die Mid ist weg. Die kommen alle zu euch hoch. Ich dachte, du wartest. Worauf soll ich denn warten? Dass er backportet. Er hat da... Aber er hat da nicht gewordet, eigentlich. Ja, er hat da gebackportet. Alec, Lucien hat 8-0. Also, Tim muss auf jeden Fall den Shutdown kriegen, wenn's gut ist. Draven, kommt ihr hoch? Äh, Lucien. Was mache ich? Das sind... Leute! Ihr seid da viel zu lange oben. Lukas! Da kommt der Lucien. Oh nein! Oh Gott! Juri, ich mach so viel Damage, man! Holy shit! Juri, ich mach so viel Damage, man! Wuh! Ohohoho! 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 Crazy Action hier! Ich hab halt echt jemanden mit der Ulti getroffen. Alter, ich hab vier Leute gesolot, glaub ich. Hm... Drei! Komm, lass weiter pushen! Nee, Mann, ich bin oben! Ich nicht. Ich hab'n... Ich hab'n Blue-Buff. Alter... Ich muss noch mal den Geist hier haben. Ohne Spaß, wenn wir das hier gewinnen, dann wär das so unverdient für mich. Natürlich. Das ist schon ne Frage. Das ist schon ne Frage. Das ist immer so... Natürlich ist das unverdient. Was ist das für ne Frage? Nein, natürlich gewinnen wir das so. Volt Tower ist ein Hit. One Hit. One Hit, One Da! Immer so. Das Handy. Was? Scheiße, den schaff' ich nicht. Ganana, fuck! Ich sag' gar nicht, dass es bei mir anders wär'. Ja, normalerweise spiel' ich ja... Bleib da, denn es. Ich mach'n Glück. Ja, okay. Wenn ich die Mitte spiele, kann ich ja für gewöhnlich gewinnen. Aber... Ich hab'n halt wirklich noch nie gespielt. Naja, jetzt hat Malz mich in Farm eingeholt, aber... Botlane war auch schon in der Mitte. Also... Warum mach' ich hier eigentlich scheiß Golems mit dem? Lukas ist voll die Rampensau, deswegen fahr' auch die ganze Zeit in der Mitte. Achso. Oder weil Dennis der Feed besser steht als dir. Beziehungsweise... Naja, der Botlane hätt's auch mal gut getan. Ich bin okay. Da hab' ich nur gefeedet. Ah ja, du wolltest. Ich find'n Ordnung. Ja, Tim hat jetzt doch den einen Kill da bekommen, das war auch gut. Ich hab' auch schon vier Supports übrigens, ne? Wahnsinn. Ich hab' zehn? Alter! Miss hier. Du hast ja auch mit Lukas alles komplett auseinandergegangen. Ja, hör' so in der Mitte und dann mal die Jungler da drüben. Jetzt hab' ich Lidsbane, jetzt geht's richtig aus'm Maul. Und dann geh' ich Höllenzepter und dann... Ja, ich push' Top einfach weiter. Ach, wir haben Mimo auch im Game? Ja. Oh, hier. Hi. Ich seh's auch gerade. Ich hab' ihn gefunden. Ich denk' wahrscheinlich, er kann nicht outblayen, wenn er jetzt hier rüberspringt. Pass auf. Also... Da hast du ihn. Boah! Wicke Rotz. Alter, Vorsicht. Nein! Ja, okay, er ist tot, er ist tot. Lass' weg hier, die de Una kommt. Oh Scheiße. Hm, scheiße. Ja, die krieg' mich so. Mimo, push' weiter oben. Wir könnten jetzt zu dir hochkommen, Mimo. Ja, das Spiel läuft ganz gut, ne? Ja, das Spiel läuft ganz gut, ne? Ja, ich glaub' wenn ich jetzt Abyssal kaufe und dann Frozen Heart, dann geht das. Abyssal. 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 Abyssal, Frozen Heart und dann Realize vielleicht noch. Warte mal, Lucas, warte mal. Gib mir mal das Ding. Gib mir mal dein Weh. Nein, Space Ace. Geh weg, geh weg. Wuhu! Sind da oben mal Mimo los, ey. Oh Mimo. Oh Mimo, dieses Vieh, Alter. Ein Outed, ey. So viel Damage. Komm, Mimo. Ich hab dir auch nicht meine Passiv. Drang. Ja, mach mal. Ich halt Top-Lane. Nein, die machen den. Ach so. Nee, die Warden. Aber Maiser hat... Leute, das Ding nicht gesehen, guck mal. Maiser hat keine Ulti. Wie, es pusht keiner von den Top-Lane? Das ist gut. Oh, Luke. Wie wieder was? Maiser hat keine Ulti. Das ist gut. Hi, hier ist jemand, hi. Malzlogger. What the f... Oh, dieser Thresh God. Oh, äh. Was ist da denn los? Der Flashto. Oh, scheiße. Die Laterne. Alter, ich hätte noch... Leute! Nein! Ich komme! Eine Sekunde später und ich wär's blöd. Alter. Ja, ich hätte halt mit dabei sein müssen. Schöner Heal. Meiner? Mhm. Ja. War nicht so gut. Mimo muss auch mal kommen. Mimo. Nichts kann mich aufhalten. Eins, sieben, vier. Ein Crep. Ja, ich komme nicht. Du hast es grüß dich, der Motherfucker. Du sollst mal Shurelias bauen, Lukas. Ja, für mich wär das auch ganz geil, ja. Für mich auch, ja. Nein. Du hast Sending gemisst. Mimo, du rennst ihn überall hier entgegen, ne? Alter, dieser Shard. Der ganze Creepy-Effekt. Ich fände das Worte zielen, ne? Den Bot-Lane-Farm? Ja. Mal gucken wir uns doch mit denen. Golems! Oh, hi, hi! Oh, 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 oh! Oh, du musst deine Top-Lane mal treffen. Ja, du hast gesagt, ich muss runterkommen, dann bin ich runtergegangen. Ja, jetzt noch nicht erst. Ey, jetzt noch nicht erst, doch schon. Wer denn? LOL, diese Flash-Ulti! Den auch noch, komm. Boah, ich lagge. Leute! Hier, hallo! Q, Lukas? Fäng ich nicht ab. Warte. Jetzt. Steht im Weg. Fotzau ab. Ach, hau weg, weg da du! Affo! Affo! Affe, Entschuldigung. Alter, schild's! Alter, dieser Litz-Pane-Auto-Hit! Schilde, Mann! Das Damage! Schilde mich! Was willst du, Junge? Oh, fuck! Du bist doch freck! Oh, der Trap-Dope! Der Rumble ist noch full live, der kommt gleich! Alter! Lukas, weg! Nee, ich will töten. Nee, ich nicht! Ich will nicht sterben! Was machst du denn da? What the fuck? Ich erwate! Ich erwate! Sana! Dieser Lucian hat also ganz schön viel Damage, ja. Naja, denk auf Lukas... Gibt dir das war doch super! ... und roffelt ihn einfach fängt. Hast du wohlgemacht! Ich hab mir schon gedacht, dass wir den kriegen können, aber... Ich hatte gehofft, du gehst früher rein und deshalb sah das natürlich ziemlich dämlich aus. Ja, ich... Schaut so lustig aus wie der rennt. Okay! Oh, fuck! F**k! 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 Oh Scheiße, der Tim ist alleine! Okay! Oh, okay! Ah, das brennt er schon! Haha! 2100.. ... Geil! Alter, die Midlane! Ich hab ulti-interkont, meine Freunde! Alles, my friends, my friendly friends My friendly friends Junge, der Rumble, mann, full AP, Waffe Der geht ultra slow, ey Das sind die Creeps, mann, die brauch ich für besser Ey, das Rumble Ach du, motherfucker Ja, vorsicht, vorsicht What the fuck Mimo, alter Das gibt sich aus Disrespect weg und Dennis Und Mimo denkt, nur da muss ich rein Hat er eigentlich irgendwann mal's Tail-Division ab Außer nach, irgendwie, Level 1 Wir werden was abhauen Wenn er aufs K geht, hat er das ab Leute Reiner, Dennis, 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 Kombo, Kombo Ich bringe Stunt Du holst ihn doch zuerst Oh, Junge, ich krieg's aus dem Maul Oh, der Teal Der Teal, nice Danke, Jim Das war die erste gute Laterne, glaub ich Oh, fuck Ah, ne Oh, slow der Shit Oh, slow der Shit Oh Das wird da eigentlich gepinkt die ganze Zeit Danger, los, Danger Schneller, Danger Oh, nice Nice Oh, der Boss Du hast einen Monat Fresh-Verbot Bimo, du bist Tank Jetzt geh da rein und tank den Tower Nein, Bimo, das wusste gar nicht Bimo kann den Tower nicht tanken Den enttäuscht Bimo Oh, kacke, unser Supporter Lass ihn zurück Der dreht sich immer um Face the danger Du hast jungled erstmal Du hast Blue-Waff Den gibt's doch Bist du behindert? What the fuck Oh, Gott Okay, ein paar Gegner Nein Okay, ich war A-Torch Und Flash-Waste Ja, ich hab nicht auf die Map So wie Mimo und so Alter Ach, komm, ey Boah Okay, ich beantrage Tryhard, ey Wir die Ulti rausballern Vorsicht, Mimo Vorsicht, Mimo Vorsicht Die Golems können nicht hüten Alarm Komm doch nicht Ah, scheiße Katsuchini Wenn du das rinnt, musst du easy schreiben Das macht man so Wenn man das steckt Dennis, du brauchst n' Sonjas Kombo, Sonjas, Kombo Halt die Fresse Ja mach Ich brauch's mal n' Frozen Heart Nein, du brauchst Sonjas Aber ich brauch Mal Hakuna Reduction Roffel Rüste Mal Hakuna Reduction Roffel Rüste Du hast doch deine Space wieder mit Sonjas Alter, du kannst dir nachher n' blauen Pod kaufen Das ist cool, du n' Reduction Gibt's n' Blue-Buff Und n' 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 35 Glöten lecken Ja, glöten lecken Los, kommst du jetzt Glöten lecken Ja, aber dann glaub ich n' Sonjas Unrealer Der muss sterben hier da Der ist mir zu low Kinder Draven-Ulti, los Hast du Ich will n' Doch, los! Der ford den Draven-Ulti Gott, jetzt warf Es ist doch eh zu spät Ah Noo What? Es steht da nur Es steht da nur Ich rappe Oh Oh Das wäre so eh Ebisch draufgekommen Alter, es war eine Ulti von mir? Nein Ja, ganz genau Ist er noch da hier? Nee, ne? Tim-Ulti auf alle Penta-Kill, juhu! Ja, wir können hier posten irgendwie so Achso, ich dachte da nie auch gerade zu Baron so? Hab ich das nie auch gerade gepinkt? Nee, du hast gerade zum Rap aufgepinkt Achso Ja, ist aber auch wichtig Ja, nice, Lugas Ja, das ist ein Mord Das ist mal richtig Mord Ja, das sehe ich auch, Lugas Das ist mir bewusst Oh, ihr habt den Pink-Bord gesehen, ne? Ähm, okay Was, was? Nein, weg jetzt Disrespect! Guck, Ulti draußen, siehst du? Disrespect Okay Rein da Ich kann nicht gegen Rumbleholt treiben Junge, kann der Draven nicht so... Ey, der Lucian nicht so dumm so sich da hinstellen oder so? Oder fucker Alter, du hast noch mal... NICHT RESENTEN, DU STUCK DRECK! Fick dich! Oh, das ist so ehrlich! Nein! Alter, da ist geworden Ja? Und? Ich sag das nur so... Nein! Junge, ich hab 400 AP Wenn da jemand kommt, der wird weggewaffelt WTF? 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 Was ist hier los? WTF? 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 In einer Sekunde hätte ich Ulti gehabt, scheiße! WTF? Ja, ich hatte Tiamat wieder ab, deswegen bin ich nochmal reingeroffelt, aber... WTF? 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 Fick... Oh my god Umhard Shadow ins Head of Doom Night Trigger! Nee? Wine Sand soured seems good? WTF? Ich frag aber nicht... Äh, Doom Night also gehört aufôt mir nach, was verdammt ist oder so, ne? grassö. das ist so ein halb Englisch lernen mit Dennis Englisch for Runaways ist das hier oder Englisch for Ruffleways Englisch for Ruffleways Englisch with Down Syndrome Also ich finde das ist hier Englisch for Try harder Lass mir den mal, lass mir den mal Du machst eh nichts im Teamfight Fokust nicht in the Town und Crash protecte dich nicht Danke Wir müssen jetzt immer One-Shotten, wir warten jetzt hier Los Ne, er ist One-Shot Jonas Top Hast du einen Ward, Mimo? Ja No Ja, nice, 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 gut geworden Ja, wir dachten nur der Blutbär da, du Holzkopf Der Blutbär? Oh Oh Mann, oh Der war topo, bevor ich angeflogen Ja, scheißegal Mann, Intimidor Wieso habe ich eigentlich eine Snowball Passive, wenn sie nie prompt? Ja Der ist aber wichtig Weil du Disrespect bist Ja Ich bin jetzt mit dir Dennis hat's wieder rausgefunden Weil du Disrespect bist Mimo und häng den mal Ne, Mimo hat 130 Rüstungen, das schafft er nicht Das wird nichts Ich hab mehr Magie in den Sinn Was? Was hast du denn da? Ich überlebe Ah ok Ok Leute, ich bin drin Ich bin auch drin Du bist so ein Stück Scheiße, weißt du das? Luger, töte einfach alles Der kann das doch nicht mehr erleben damals MGA Wir haben leider keinen Talisman Weg mit dir Luger hat immer noch nicht Shurelias gekauft Doch Aus irgendeinem Grund Doch, hab ich Echt? Ok Das machen wir doch mal Tschüss Wir haben hier einfach ignoriert Wir haben hier einfach eiskalt ignoriert Wir haben hier einfach eiskalt ignoriert Ok, AFK Das ist kein Wert Lukas, die Lukas Tim ist wirklich leid Lukas Ist egal, aber Ich krieg halt absichtlich nicht scheinbar Dennis Na egal Hab ich nicht Was mach ich absichtlich nicht? Nein Die lassen mir hier keine Kales Junge Mimo, ist das dein Ernst? Mimo geht hart, lass Mimo in Ruhe Weißt du, komm mit mir ran, Duins? Ich gönn mir ne Warmox Wo rennst du denn längs? Ja weil er deckt doch Der Sunfire Wtf Ach Sunfire ist so langweilig Warum hast du es so schön grün? Wuuuuh Wuuuuh Es ist grad verkauft Nein, antun Ok, ich muss grad sagen Aber genug Gold wird nicht Wir brauchen ein Board hier, meine Freunde Obwohl, na doch nicht Meine Volksfreude, Freunde Ach, Sunfire ist so n... Lukas, möchtest du nicht tryhard tanken? Ja, ich kauf mir lieber hier Da Das find ich schon besser Ja doch doch Das hat auch Swag Ne Rabadons, ja Sehr geil Swag Cap Die andere hätte Rhyles kaufen können mit meinem A Das ist gut Wow Was für das Feuchtfröhlicher Bohnenfurz Geh doch lieber Ghetto-Faust, ey Mach doch mal Ghetto-Faust Danke Dennis Doch, Ghetto-Faust Mimo, Mimo, was bist du da so out of position da vorne? Wo weiß das? Mimo ultet einfach und dann haben wir die Ulti im Teamfight nicht Aber Mimo ist halbwegs safe Komm her, ich will dich healen Kann den mal jemand flashen? Ne Ich hab... 5 Sekunden hab ich flashed Hier, Meltzer, out of position Na, ich weiß nicht Mimo, da bist du! Ach, vergiss es Wir brauchen hier auch ein Board, na gut Was soll das denn hier? Ich spring jetzt da rüber und dann Ulti Ja, ne Das war jetzt hier Barren Forcen Tim, mach mal ne Ulti hier, Tim Random Ulti Ja, ich Dennis macht mir ein großes Giveaway, wenn ich 100 Seelen erreicht hab Ne Ich hab nicht so viel Geld Ich hab nicht so viel Geld Ich warte jetzt hier Großes Feed-Away wahrscheinlich Los, check, check, ob ihr an Ward ist Check, ob ihr an Ward ist Was redest du? Du sollst hier checken, ob ihr an Ward ist und kein Ward setzen Ach so, check... Halt, hör doch mal auf! Zwei Walls 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 Das ging ein AP Ali auf den Fotze Zwei Walls Zwei Walls Zwei Walls Zwei Walls Zwei Walls Zwei Walls Ok, lassen wir Rückzug Zwei Walls Was macht da eigentlich Mimo da oben? Du hast wieder ein Erlebnis im Dunkeln wuuu platz wuuu logging Wuuuuu zum Beispiel ich bin die Kuh Houli wa J ich bin die Kuh ich presse die milch in die Fresse Ich hab kein Mana! Lukas! Ich kann wieder diese Homo-Fantasie sehen, ey. Ja, das war das Spiel. Schöne Spiel. Man sieht's in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr von unserem Content sehen wollt, dann abonniert bitte unseren geilen Channel. Das Video findet ihr auch unter Hashtag TryHard, wisst ihr ja? Kopf und halbe! Bis dahin! Tschüss!